Moin, hier ist der Flo vom Session in Waldorf. Heute zeige ich euch Rodosound-Seiten. Richtig tolle Seiten für Gitarre und Bass, wie hier in dem Fall. Ja, was haben wir hier? Wir haben Nickel-Seiten, wir haben Stahl-Seiten. Die Nickel-Seiten sind in drei Größen erhältlich. 45 auf 105, 50 auf 110, 45 auf 130, also der Fünf-Seiter-Satz. Und dann haben wir hier einen Haufen Vier-Seiter-Sätze und zwei Fünf-Seiter- und toll, einen Sechs-Seiter-Satz. Ja, für euch. Kommt vorbei! ... ... ... ...